Oha! Oha! Es geht los, Leute! Wir schicken alles rein, was geht! Moin, Leute! Und herzlich willkommen zu einem weiteren City Smash Tsunami! Wow! Ja, Leute, wir spielen heute wieder City Smash und werden alle Katastrophen auf eine Stadt jagen und gucken, was passiert. Leute, wenn ihr richtig Bock auf dieses Format habt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß, fetter Kuss geht raus und wir sehen uns drin. Yo, Leute! Heute ist es wieder soweit, wir verlosen wieder Spiele. Unten findet ihr das Lösungswort eingeblendet. Viel Spaß beim Rätseln, denkt dran, die Einsendungen gelten nur über Instagram. Und, Leute, alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Fette Küsse gehen raus, viel Spaß mit dem Video. Ach ja, die Stadt blüht, es schneit, es geht Richtung Weihnachten. Ich würde sagen, wir hauen da mal eine Atombombe rein. Frohe Weihnachten in 3, 2, 1, Start! Yo! Moin! Guck dir mal die Druckwelle an! Der Himmel ist rot, der Atompilz blüht, nicht schlecht. Alter Schwede, das hat ja richtig reingezündet. Und das Ding geht immer höher. Es schneit trotzdem noch, Leute. Das nennt man Fallout, radioaktiver Regen. So, aber letztes Mal war auch mega lustig, dass wir schon dieses Portal gemacht haben. Wenn wir es hier halt reinsetzen. Wie wäre es, wenn wir es nicht mehr so weit nach oben packen, sondern wirklich straight runter? Okay, was passiert hier? Das dürfte sich relativ schnell beschleunigen. Yo! Ah ja! Moin! Guck mal, wie schnell das wird! Ah, Leute! Wir erzeugen hier ein Wurmloch, um die nächste Dimension zu erreichen. Erschmelzen sich die Dinger? Was passiert da? Leute, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, hauen wir dann Atombombe rein! Yo! Was passiert da denn grad? Alter Schwede! So, jetzt werden wir uns auf jeden Fall nochmal so ein bisschen die Brücke vornehmen, Leute. Und, äh, ich bin gespannt, wie wir die Brücke hier am besten zum Einsturz bringen können. Lass uns mal probieren, ob wir es mit einer Bombe schaffen, die gesamte Brücke auszulöschen. Hier, eine Bombe rein, in der Mitte. Zündung! Jawohl! Das hat ordentlich geknallt. Das hat ordentlich geknallt? Okay, dann probieren wir noch eine zweite Bombe. Jetzt! Reinhasseln! Okay, das hat tatsächlich geklappt. Mit der Druckwelle haben wir die Brücke klein bekommen. Jetzt haben wir nur noch diese Rampen. Ich würde sagen, mit einer wird ganz schön schwer, aber wir probieren es definitiv nochmal kurz. So, Brücke! Eine Bombe kriegst du jetzt von mir. Und ich platziere die wirklich sehr weise, Leute. Hier unten auf diesem Träger. Seht ihr hier? Wir warten, bis da jetzt noch schön Autos sind. Da ist ein schöner Tanklaster, Leute. Jetzt, komm! Und rein damit! Die Brücke, mit einer Bombe, haben wir sogar noch die Stadt mit in die Luft gejagt. Ich würde sagen, ich bin der Sprengexperte. Was meint ihr? Die gute alte YouTuber-Stadt. Leute, wenn ich keine Klicks auf meine Videos bekomme, würde ich am liebsten einmal durch YouTube durchrasieren. Erledigt. Das würde ich gerne machen, dass ich der einzige YouTuber auf YouTube bin. Damit ihr nur meine Videos gucken müsst. Meine Videos sind so schlecht, dass die keiner anklingt. Okay, okay. Okay, okay. Ich will mal nicht so sein. Ich könnte mir auch was anderes vorstellen. Was ist denn das hier? Ist das ein einfacher... Alter! Das ist ein Komet! Moin! Okay, das böllert aber auch schon mal rein. Die halbe Stadt direkt in die Luft gejagt. Durch einen einzigen Kometen. Ja, Godzilla. Dann zeig dich doch noch mal. Wir testen so ein paar Katastrophen mal aus. Ähm... Was haben wir denn hier alles? Okay. Hier noch so windmäßig rein. Die laden halt gut, ne? Das wird auf jeden Fall wild. Wir müssen also echt schnell sein gleich. Und wir werden alle Katastrophen auf einmal beschwören. Guckt euch diesen riesen Godzilla an. Dann noch mit so einem schwarzen Loch drin. Boah, ich weiß nicht, ob wir das Game zum Crashen bringen, ne? Das könnte heftig werden. Okay, das Teil... Zieht hier alles rein! Crazy! Wir können die ganze Stadt entsorgen, so. Auf der Art. Guckt euch das mal an. Das Loch fiedet sich ja richtig. Also wenn das Ding jetzt wirklich alles einsaugt... Ja, wir können die ganze Stadt komplett aufsaugen lassen, dass hier einmal ein leeres Feld ist. Crazy. So, Leute. Ich denke mal, ein, zwei Versuche können wir auf jeden Fall rein starten mit allen Katastrophen, die es gibt. Wir klicken jetzt mal die Katastrophen alle durch. Ich würde sagen, pauschal der hier. Der hier. Der hier. Ja, wobei die Atombombe, Leute... Also wenn wir die mit reinmachen, ist ja in der Stadt schon alles kaputt. Wir könnten natürlich einmal mit und einmal ohne machen. Das machen wir, Leute. Also. Schwarzes Loch. Alles Mögliche reinzünden. Jetzt! Oha! Oha! Es geht los, Leute! Wir schicken alles rein, was geht! Oha! Yo! Was passiert da? Nee, ne? Guck dir das mal an, Leute! Heftig! Moin! Das Ding ist ja nur noch am Wackeln. Hier noch... Okay. Was ist das? Was ist denn da passiert? Da ist nicht mehr viel übrig von der Stadt. Okay, das Ding... Kracht jetzt hier. Das ist weggepackt, Leute. Also mit der Atombombe haben wir natürlich schon alles zerstört. Es würde, glaube ich, geiler aussehen, wenn wir die Atombombe dann nicht mit reinsetzen. Aber schöne Berge sind hier. Schöne Berge. Ohne Atombombe. Wir starten allerdings mal von hinten. Und dann ziehen wir das Ding komplett durch. Seid ihr ready oder was? Let's fetz! Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir brauchen noch einen Tsunami. Hier noch ein bisschen was. Da noch einen Tornado. Eine Erdbeben muss hier auf jeden Fall auch noch rein. UFO. Und das schwarze Loch darf nicht fehlen. Oha! Leute! Stellt euch das mal vor. Ey, die Stadt wird so heimgesucht. Junge. Das sieht wirklich krass aus, ne? Da ist ja nichts mehr von übrig. Aber hier, links. Hinter mir. Seht ihr das? Ich denke, das Ding ist ja lebendig. Zum krönenden Abschluss, Leute, werde ich versuchen, zwei Godzillas nochmal auf dieser Map zu installieren. Komm, Dinger. Er macht sich auf die Socken. Er macht sie auf die Socken. Jetzt fängt er an, hier so ein bisschen reinzulasern. Ich hoffe, wir kriegen hier noch einen rein. Yo! Ey, Bruder, halt dich zurück. Da kommt doch noch einer gleich. Und rein damit. Als ob hier zwei sind, Leute. Als ob jetzt hier zwei kommen. Zwei Godzillas. Moin. Willst du mal einen Kopf erleben? Oh, Leute. Der Godzilla läuft einfach durch. Der Tentakel-Dude ist jetzt auch noch da. Ja, wie ist... Dinger, wie ist denn das Spiel am Eskalieren? Okay, was macht der da? Ich glaube, wir haben die Kamera kaputt gemacht. Ein bisschen was von der Stadt ist noch da. Ja, ich würde sagen, für die letzte Runde... Leute, wie kann man es anders sagen? Nehmen wir nochmal einen schönen Tornado rein. Oh, wir könnten eigentlich nochmal zwei Tornados hier reinschicken, oder? Ja, Mann. Komm. Leute. Schmeiß die Gegend durch die Luft. Ja, schmeiß die durch die Luft. Und drei Tornados sind hier aktiviert. Alter, das sieht so krass aus, ey. Okay, okay, Leute. Also, die Stadt hat wirklich genug. Ich würde sagen, wir machen hier Ende und hauen eine Atombombe rein. Einfach der Traum. Ja, Leute. Das war es mit einer weiteren Folge von City Smash. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schallert mal ein Abo raus. Checkt definitiv noch die anderen Videos aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fetter Kuss geht raus. Der Du out.